Stille. In gewisser Weise wünschen wir uns alle Stille und doch irgendwie fürchten wir sie auch gleichzeitig. Diese Zeit hier ist ja Stillezeit, heilige Zeit. Diese Zeit ist ja die Zeit der Stille. Die Außenaktivitäten kommen in der Natur zur Ruhe. Wir haben die lichtärmsten Tage. Die Sonne steigt kaum noch auf in der Zeit bis zum 6. Januar. Von der Wintersonnenwende bis zum 6. Januar verlängert sich der Tag nur um wenige Minuten. Die Zeit scheint still zu stehen. Alles zieht sich nach innen zurück. Es ist still und für viele Menschen ist ja diese Zeit auch assoziativ mit Schnee verbunden. Und Schnee ist ja auch, deckt alles zu, dämpft alles, macht alles still und weiß und rein. Auch wenn jetzt Schnee nicht liegt, ist das ja so ein archetypisches Gefühl für diese Zeit. Gut, ich habe ja oft schon darüber gesprochen, dass ja viele Menschen in dieser Zeit genau das Gegenteil tun von dem, was eigentlich in der natürlichen Rhythmik angesagt ist, was uns die Natur und auch die spirituellen Gesetzmäßigkeiten eigentlich vorgeben, nämlich in dieser Zeit nach innen zu gehen, die Außenaktivitäten zu minimieren, nach innen zu gehen und dort die Stille, die Ruhe, den Frieden, das Licht zu finden. Denn hier in dieser Zeit, was ja die heiligste Zeit des Jahres ist, weil hier wird der Keim gelegt für die Entwicklung, für die lichtvolle Entwicklung, für im Steinbock, für die Grundstrukturen, nach denen ich mich dann im kommenden Jahr oder eben vielleicht schon im begonnenen Jahr ausrichte. Und wenn die aber von Gewohnheiten und von Außenaktivitäten geprägt sind, wenn wir Dinge tun, die zwar unsere Sinne und unsere Süchte befriedigen, wenn wir also viel feiern und trinken und uns amüsieren, viel mit Menschen zusammen sind, oberflächlich sind, viel essen, uns viel ablenken durch Medien, dann kommen wir natürlich nicht wirklich zu uns. Oder wenn wir sogar wegfahren, in den Süden fahren, das soll alles keine Kritik sein, ist nur meine Sichtweise, dann fliehen wir natürlich genau diese Zeit. Uns ist oft alles viel zu viel und wir sehen uns im Grunde, wie ich schon sagte, nach Stille. Aber warum können wir diese Stille denn da nicht aushalten, wenn sie mal da ist? Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist der, dass ja in uns oder wir auch einen Sinnen-Suchtkörper haben, einen Suchtkörper haben, der eng verbunden ist mit unserem Ego, welches sehr eng verbunden ist mit der Benutzung unseres Verstandes. Dieser Sinnen-Suchtkörper sucht ständig nach positiven Eindrücken. Ich möchte etwas erleben, ich möchte tolle Gefühle fühlen, ich möchte interessante Dinge wahrnehmen. Wahrnehmen kann ich ja nur über meine Sinneskanäle. Es sei denn, ich öffne mich für höhere geistige Frequenzen, aber für die kann ich mich eben nur dann öffnen, wenn ich über die Sinne hinausgehe. Wenn ich also diese Zeit der Ruhe, der Stille, der Einkehr nutze, um mehr bei mir zu sein und es auch auszuhalten, diese Leere, dieses Nicht-Erfüllt-Sein des Sinnen-Suchtkörpers, der ja wie gesagt immer nach Vergnügungen sucht. Man will was Tolles sehen, man will was Tolles hören und schmecken und tasten und fühlen und sein, um eben von dieser inneren Leere abzulenken. Es ist letztlich das ständige Bemühen darum, uns in unserem Sein zu bestätigen. Nur, dass unser Sein nicht wirklich sich an das wirkliche Sein anlehnt, sondern dass unser Sein sich in einer Identifikation einer Person, eines Individuums erschöpft. Wir glauben, dieser Körper, diese Person, diese Geschichte zu sein. Und da es aber in uns Zweifel gibt, weil wir ja auch selber beobachten, wie wir uns verändern und dass es hier eigentlich keine wirkliche Substanz gibt, ist eine unglaubliche Angst davor, davor der Nicht-Existenz davor, dass etwas ganz anderes Realität sein könnte, als das, was ich mir selber immer so zurechtdenke. Und wenn ich in die Stille gehe, dann hinterfrage ich ja diese Dinge. Dann löse ich mich ja von diesem ständigen Motor, der mich aufgrund meiner Sinnessucht und meiner Gewohnheiten immer antreibt, etwas zu erleben, die Leere, die Stille zu füllen. Aber wir werden durch Aktivitäten in der Außenwelt, so nötig sie und lustig und toll sie auch sein können für uns Menschen, werden wir nicht endgültigen Frieden erfahren können. Da sind sich alle spirituellen Meister und Richtungen einig, sondern das ist nur in uns möglich. Und dazu müssen wir uns davon abwenden, sodass diese Steinbock-Zeit ja auch eine Zeit der inneren Askese ist, in gewisser Weise. Genau das Gegenteil, und daran sehen wir die Pervertierung unserer Welt, genau das Gegenteil wird aber propagiert. Diese Angst, nicht existent zu sein, diese Angst, zu kurz zu kommen, diese Angst, sein Leben zu verschwenden, weil man es ja mit vielen Erlebnissen füllen muss, diese Angst treibt uns halt ständig an. Und wenn wir halt davon abweichen und nach innen gehen und die Stille suchen, dann erkennen wir, dann sehen wir eben diese Ängste und diese Gewohnheiten, diesen ständigen Antrieb. Und das kann uns verunsichern, unruhig machen. Dennoch lohnt der Weg, weil das Wohl, was wir im Inneren empfinden, und man muss sich ja mal klar machen, was ist eigentlich so schlimm daran zu meditieren, warum tun es dann doch so wenige Menschen? Das ist, weil man eben sich hinsetzt und nichts tut. Und das ist unglaublich schwer zu ertragen, für viele Menschen nichts zu tun, weil wenn sie nichts tun, worauf soll sich dann ihr Verstand richten? Dann fängt der Verstand an, sinnlos rumzudenken. Und dieses Rumgedenke sind oft eben auch sehr schwierige, negative Gedankenmuster, die oft mit der eigenen Minderwertigkeit zu tun haben oder mit Befürchtung, was die Zukunft anbelangt. Und so entstehen natürlich angeregt durch diese Gedanken, die dann automatisch auch dementsprechende Gefühle nach sich ziehen, die wiederum dementsprechende Körperreaktionen nachziehen, zieht es uns dann eben oft dann auch ins Negative. Und dann sitzt man da und denkt, was soll so toll an der Meditation und an der Stille sein? Und es gibt ja auch immer was zu tun. In diesem Jahr ist es natürlich ganz besonders, weil zum einen hatten wir am zweiten Weihnachtstag Neumond im Steinbock und zum anderen steht ja die Konjunktion von Saturn und Pluto am 12. Januar im 23. Grad des Steinbocks uns bevor. Und wie ich ja immer sage, sind wir alle auf unsere Kardinalthemen zurückgeworfen, sodass es in dieser Zeit, in diesem Jahr doppelt schwierig ist, aber auch doppelte Möglichkeiten des Potenzials gibt. Denn oftmals sind es diese Kardinalthemen von uns, in der Kindheit oft einprogrammiert, ich bin nicht gut genug, ich werde nie glücklich sein, mich wird keiner je lieben, was oft gar nicht verbalisiert in uns erscheinen muss, aber als Gefühl, manchmal auch oft als abgespaltener Gefühlsteil in uns wirkt und uns unser Leben oft vergeht. Und durch die innere Hinwendung, durch die Selbstliebe, deswegen sagt ja auch der Buddha, oder so verstehe ich ihn zumindest, dass es immer erst um Liebe geht. Erstmal brauche ich Liebe, Güte, Mitgefühl, Metta, für mich selbst, für mein eigenes Leiden. Wenn ich das erkenne, und wenn ich mir diese Selbstliebe gebe, dann erkenne ich auch, dass alle anderen Menschen genau in der gleichen Lage sind wie ich, dass sie auch leidende Wesen sind, die auf mehr oder weniger verzweifelte Art und Weise nach dem Glück suchen. Und dann bin ich mit ihnen ganz anders verbunden, als wenn ich auch einer von denen bin, die mit auf dieser Jagd sind und wo die anderen Konkurrenten für mich sind. Und der Buddha sagt, erst gilt es in die Liebe zu gehen, in die Selbstliebe, in die Metta. Und das ist der Grundstock dafür, ein gutes Gefühl zu sich selber zu haben. Und mit diesem guten Gefühl gehe ich dann in die innere Stille, beziehungsweise werde ich sehr lange und sehr oft beobachten, was alles vor dieser inneren Stille ist. Aber wenn wir den Geschmack von innerer Einkehr, vom Alleinsein, vom Abgeschiedensein, vom Abstand nehmen, von der Meditation, wenn wir das schätzen lernen, dann sehen wir eben, dass in uns, in dieser Hinwendung, ein unglaubliches Glück ist, eine unglaubliche Zufriedenheit möglich ist, im Raum, im Licht, im Bewusstsein, im Nichtsein, all das Erfahrungen sind, die möglich sind, die greifbar sind und die eine ganz andere Seinsqualität haben als Konsum- oder oberflächliches Zusammensein mit Menschen, es wir uns haben, was oft nur ablenkenden Charakter hat. Das andere ist nackhaltiger, verändert mich in meiner inneren Seinstruktur und damit auch in meinem Blick auf die Welt und dadurch ziehe ich dann auch andere Dinge aus der Welt für mich an. Wie lange für jeden dieser Weg durch diese Dunkelheit ins Licht ist, denn wie gesagt, nur wenn man jetzt in den Schluss fest, ich will jetzt immer mehr bei mir sein, ich gönne mir auch mal in dieser Zeit einen Abend, einen Tag, mehrere Tage für mich allein, wo ich in die Stille gehe oder es mir immer wieder auch mal anbiete, wo ich nicht in die ganzen Ablenkungen gehe, dann steigt eben auch Widerstand auf oder Ängste oder was ich eben schon beschrieben habe. Da müssen wir durch. Das ist so wie, wenn man mit einer Ernährungsveränderung, wenn man mit einer Ernährungsveränderung ernst macht, wenn ich beispielsweise sage, ich will kein Fleisch mehr essen oder kein Alkohol mehr trinken oder kein Zucker mehr zu mir nehmen oder irgendetwas, dann ist der Anfang auch schwer, weil erst der Entzug da ist und der Entzug der Sinnessucht fühlt sich eben auch wie ein Entzug an, wie wenn man mit dem Rauchen oder mit dem Zucker aufhört. Es fehlt einfach etwas, was sonst immer da ist und das fühlt sich halt leer an und die Sinne, die Triebe, die zehren dann an uns und möchten uns wieder zurücktreiben und das ist dieser Kampf. Und wenn man diesen aber nur, wenn man diesen Kampf aufnimmt, kann man auch wirklich Ergebnisse erwarten. Diese Zeit ist eben astrologisch geprägt, besonders in diesem Jahr und auch jedes Jahr und da gibt es ja auch die rauen Nächte. Ich wurde ja mehrfach gebeten, etwas mehr darüber zu sagen und meine Sichtweise darauf ist natürlich wieder ein bisschen anders als in der Literatur. Es gibt ja da sehr viele Dinge. Für mich hat es vor allem damit zu tun, dass es eben diese Zeit ist, es gibt unterschiedliche Rechnungen dabei. Für manche beginnen eben die rauen Nächte in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag, zum 26. Dezember und enden dann in der Nacht zum 6. Januar. Die müssten dann zwölf sein. Und für manche beginnen die eben mit der Wintersondenwende und gehen dann eben auch bis zum 6. Januar oder eben zwölf Tage. Da gibt es unterschiedliche Rechnungen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wesentlich. Wesentlich ist, dass in dieser Zeit, beginnend mit der Wintersondenwende, vielleicht tatsächlich bis zum 6. Januar, dass in dieser Zeit einfach eine größere Tiefe möglich ist, eine größere Stille da ist. Weil wir, unsere Welt ist ja viel komplexer, wechseln als uns das bewusst ist. Es ist ja möglich, dass in der gleichen Zeit- und Raumdimension aufgrund unterschiedlicher Schwingungen mehrere Realitäten in einem sein kann. Unterschiedliche Schwingungen müssen sich da nie begegnen und deswegen kann in der gleichen, im gleichen Raum können auch viele andere Dimensionen stattfinden. Und es ist ja auch so, dass wenn wir dem Buddha folgen, dann gibt es 33 Daseinsbereiche, von denen die menschliche, die vierte oder fünfte von unten ist, kommt ganz darauf an, wie man zählt. Und es viele noch darüber gibt und diese verschiedenen feinstofflichen Ebenen, die wir mit Götter-Ebenen in Verbindung bringen, aber auch mit Dämonen oder Geistern. Die Gespensterwelt, die Welt der Geister, die ist quasi uns einuntergeordnet. Das sind oft erdgebundene Seelen, aber auch Naturgeister. Also es ist so und die uns übergeordnete Ebene sind dann eben die noch sinnlichen Götterwelten, Lichtwelten könnten wir sie auch nennen, wo eben auch Wesen sind, wo wir auch hininkarnieren können. Normalerweise sind außer viel besonders sensible oder spirituelle Menschen, sind diese Ebenen klar voneinander abgegrenzt. Aber in dieser Zeit hier, von der Wintersondenwende an, ist diese Abgrenzung zwischen diesen Ebenen dünner. So wie wenn man vielleicht irgendwie starke spirituelle Erlebnisse gemacht hat oder so ein eindrucksvolles Naturerlebnis gehabt hat, wo dann auch quasi dadurch sich etwas öffnete für uns. Aber hier ist diese Öffnung sozusagen naturgemäß schon gegeben und dadurch ist es viel leichter für uns, in Kontakt mit diesen Ebenen zu kommen. Wie Hinnack sagte, Hinnack Polanski in seinem Zen-Kanal sagte, Meditieren ist in dieser Zeit einfacher. Aber der Widerstand dagegen kann auch groß sein. Aber nur wenn wir uns dem stellen und wenn wir uns das angucken, haben wir überhaupt ja eine Chance, mal darüber hinaus zu wachsen. Und diese rauen Nächte bieten eben die Chance dafür, da tiefer hinein zu gehen. Wenn wir das Klassische nehmen, die zwölf rauen Nächte, dann sollen ja diese Tage und Nächte im Grunde auch ursprünglich mal das Wetter für die nächsten Monate voraussagen, aber auch die Energie. Ich würde eher sagen, es ist so eine Art Vorschau, wie so ein Clip der Energie der kommenden zwölf Monate oder der kommenden zwölf Sternzeichen. Und wir können dann von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht uns in diese Energie hineinspüren. Die Träume, die wir haben in den rauen Nächten, in den zwölf rauen Nächten, sollen ja durchaus prophetischen Charakter haben für wichtige Erfahrungen oder Erlebnisse, die wir dann in den kommenden zwölf Monaten machen. Also die Nacht vom 25. zum 26. Dezember wäre dann irgendwie entweder das Zeichen Steinbock oder der Januar. Die Nacht in den 27. 20. Dezember dann Februar oder Wassermann. Den 28. Dezember dann März oder Fische. Den 29. April oder Widder. Den 30. Mai oder Stier. Den 31. Juni oder Zwillinge. Den 1. August oder Löwe. Den 2. September oder Jungfrau. Den 3. Oktober oder Waage. Den 4. November oder Skorpion. Den 5. Dann Dezember oder Schütze. So habe ich es glaube ich jetzt einigermaßen richtig hingefriemelt. Wenn nicht, müsst ihr euch das selbst mal in der Tabelle machen oder im Internet nachgucken. Und da ist eben diese Möglichkeit da uns auch auszurichten. Es geht natürlich im Grunde darum unseren Geist auf diese Zeit auszurichten. Also nicht auf irgendwelche billigen Bleigießer Tricks. Was kommt im April träume ich jetzt von einem tollen Mann und es kommt ein toller Mann in mein Leben. Sondern eher unsere geistige Ausrichtung. Welchen Welche geistige Grundlage möchte ich in mir denn erzeugen für das kommende Jahr? Wonach richte ich mich aus? Was sind meine essentiellen Lebensthemen? Die Dinge die mir wirklich wichtig sind. Und da sollte ich aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres schöpfen und erkennen welche Menschen welche Aktivitäten waren eher unheilsam für mich? Haben mich in meinem Grundgefühl getrübt? Und welche Aktivitäten waren heilsam für mich? Und haben mein Grundgefühl erhellt? und daraus mich auszurichten aus der Stille lichtvoller glücklicher zu sein und herauszufinden was mich denn da glücklicher machen kann für mich in dieser Zeit. Und das dann auszustrahlen über diese zwölf Tage und Nächte und mich da auszurichten das ist glaube ich ganz ganz essentiell. ja vielen Dank fürs zuhören und zuschauen dieses Videos mein Name ist Norbert Giesow ich bin Autor und Astrologe in Kiel wer sich von mir beraten lassen möchte kann mir gerne eine E-Mail schicken alles Liebe und falls ich kein Video mehr auf diesem Kanal aufnehmen sollte was ja immer noch passieren kann dann wünsche ich allen die diese Videos schauen einen guten Übergang dann ins Kalendarische 2020 bis dahin alles Liebe und Tschüss bis dahin 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 bis dahin